Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi und es geht darum, ein Dampfboot zu finden. Auf der Rückseite des Piraten-Piers. Ich glaube, ich habe es sogar schon gefunden und aus Gag angeschossen. Bin mir aber nicht sicher. Nochmal zur Erinnerung, so sieht es aus. Ich weiß, das ist unglaublich hilfreich. Aber das kriegen wir hin. Ich denke, das wird auch wieder eher im Hintergrund sein als im Vordergrund. Wobei, ich denke, das wird auch eher bei mir so ungenau ist. Das da ist es, oder? Genau, ich dachte vorhin, da wäre ein Geschenk. Gut, dann Daumen nach oben, netter Kommentar. Und gebt mir ein Abo, läutet die Glocke. Das war ein schnelles Video. Bis dann, tschüss. Es geht weiter in 3, 2, 1, los. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi und es geht darum, ein Dampfboot zu finden. Auf der Rückseite des Piraten-Piers. Ich glaube, ich habe es sogar schon gefunden und aus Gag angeschossen. Ich bin mir aber nicht sicher. Nochmal zur Erinnerung, so sieht es aus. Ich weiß, das ist unglaublich hilfreich. Aber das kriegen wir hin. Ich denke, das wird auch wieder eher im Hintergrund sein als im Vordergrund. Wobei, ich denke, das wird auch eher bei mir so ungenau ist. Das da ist es, oder? Genau, ich dachte vorhin, da wäre ein Geschenk. Tada! Gut, dann Daumen nach oben, netter Kommentar. Und gebt mir ein Abo, läutet die Glocke. Das war ein schnelles Video. Bis dann, tschüss!